Diese hier angebotene 2,5 Zimmer Wohnung ist ab März 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nöblierten Wohnung liegt bei ca. 70 m². Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1.150 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017